Es geht um Aaron, der auf einer Dating-App Trayvon kennengelernt hat. Er ist sprichwörtlich meine bessere Hälfte, aber ich bin verlobt. Das ist die Seite des Verlobten. Die sehen verliebt aus. Jetzt habe ich Schuldgefühle. Ich muss die Wahrheit wissen. Aaron sollte erst mal selbst mit der Wahrheit rausrücken. Keine Falle. Verlässt du deinen Freund für mich? Nun sag schon. Alles bereit? Können wir starten? Klar. Hey! Hey, ist das schön. Dürfen wir das? Hey, wir sind geimpft. Ja, ein Glück. Allerdings. Zuerst möchte Cleo dir noch Hallo sagen. Hey! Leo! Du siehst toll aus. Willst du es ihr sagen? Ja, sag schon. Mami war die letzte Zeit so müde. Und jetzt ist klar, dass sie noch ein Baby bekommt. Ich glaub's nicht. Wirklich? Sie war oft müde. Und was wird es? Ein kleiner Junge. Aber wir müssen aufhören, sonst kann ich nicht arbeiten. Mein Make-up zerfließt gleich. In vier Monaten ist es soweit. Danke, Cleo. Davon zehre ich noch die ganze Woche. Wir müssen jetzt. Ich liebe euch. Bye! Du hast mir kein Wort gesagt. Niemandem. Das ist so aufregend. Ich war damals ja noch gar nicht dabei, als Bo unterwegs war. Stimmt. Mein erstes Showman-Baby also. Deine erste Chance auf eine Patenschaft. Die übernehme ich. Und zwar tausendprozentig. Das ist meine Aufgabe. Komm jetzt. Ist das schön. Ich liebe Babys. Die riechen so toll. Wieder zwei Showman-Brüder in der Pipeline. Wundervoll. Diese Mail ist gerade gekommen. Hallo, ich heiße Erin, bin 30 und lebe in Dallas in Texas. Ich wende mich an Catfish, weil ich mich in einer haarigen Sackgasse befinde. Das sind zwei Wörter, die ich nicht unbedingt zusammenfügen würde. Das Bild, das ich jetzt vor mir sehe, hätte ich lieber nicht im Kopf. Danke. Vor neun Monaten habe ich Trayvon über eine Sex-App kennengelernt. Ich hatte mich gerade getrennt und wollte nur Spaß. Aber mit uns ging es sofort total verrückt ab. Ich hätte mich gern mit ihm getroffen, aber wegen Covid hatte Tray Angst. Daher haben wir nur gechattet, wobei er mich total überrascht hat. Noch nie habe ich mich so verstanden gefühlt. Als wären wir Zwillinge. Ich bin so wahnsinnig irre verknallt in ihn. Verrückt, wahnsinnig irre, total gaga, der Mann. Mir gefällt, wie er schreibt. Ich habe viele Versuche unternommen, mit ihm zu telefonieren, zu videochatten oder sich zu treffen. Aber dazu lässt er es einfach nicht kommen. Ich war so begeistert, als er ein Date wollte. Aber er hat mich versetzt. Dadurch habe ich langsam Zweifel bekommen. Aber dann passierte etwas, das mich völlig aus der Bahn geworfen hat und auch meine Zukunft mit Trayvon infrage stellt. Trayvon, all together. Sagt er jetzt was? Los, raus damit! Mann, Aaron. Aber ich kann den Kontakt nicht abbrechen. Ich bin jetzt in einer echten Zwickmühle, denn es gibt etwas, das Trayvon nicht weiß und ich habe Angst, es ihm zu sagen. Ihr seid meine einzige Hoffnung auf Glück. Thanks, Aaron. Wow. Das nenne ich mal wirklich dramatisch. Was ist das Geheimnis? Ich schreibe ihm. Wir haben Mail gelesen und wollen dir so wahnsinnig irre gern helfen. Was ist dein Geheimnis, Aaron? Hey! Wie läuft's in Dallas so? Hier läuft's echt mächtig. Jeden Tag passiert was Neues, Aufregendes. Kommst du von dort? Ursprünglich aus Mississippi und kam vor fünf Jahren nach Dallas, wegen meines Jobs als Vertriebskoordinator in der Eventbranche. Läuft das? Nur sehr mäßig, wegen der Pandemie. Mit Events sieht es schlecht aus. Ja. Zu deiner Mail. Wo sollen wir anfangen? Vor neun Monaten habe ich Trayvon durch eine Sex-App kennengelernt. Ich kam gerade aus einer längeren Beziehung und suchte eigentlich nichts Festes. Nur so aus Spaß einfach mal schauen, was die Fleischtheke so hergibt. Sie weiß, was ich meine. Ich sehe mich also um und entdecke da Trayvon, den ich auf Anhieb mochte. Und wo auch gleich so ein Vibe da war. Von Anfang an fühlte sich das ganz einmalig an. Ich beschäftige mich viel mit griechischer Mythologie. Da heißt es, dass Menschen ursprünglich zwei Köpfe hatten und sich einen Körper teilten. Aber Zeus hat einen Blitz geschleudert und sie in der Mitte zerteilt, sodass die Menschen von nun an ihr Leben lang diese andere Hälfte suchen. Ich hatte das Gefühl, mit Trayvon meine andere Hälfte gefunden zu haben. Unglaublich. Ihr wohnt beide in Dallas, nicht wahr? Er ist auch hier in der Stadt und wir haben mehrfach versucht, uns zu treffen, bevor der Lockdown kam. Nach all den Enttäuschungen habe ich einfach mal meinen Ex Hakim kontaktiert. Jetzt sind wir wieder zusammen und er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Bist du verlobt? Das bin ich. Aber ich habe weiter mit Trayvon Kontakt. Mit Ring? Na klar. Und jetzt bin ich hin und her gerissen zwischen zwei Menschen. Ich möchte nicht die Chance verpassen, glücklich mit jemandem zu werden, der mich wirklich versteht, anstatt mich nur mit dem, was ich habe, zufriedenzugeben. Es gäbe wahrscheinlich einige Frauen auf dieser Welt, in die ich mich verlieben könnte. Aber ich habe mich eben für meine Frau entschieden. Genau. Wenn du dafür noch nicht reif bist. Wir sind noch nicht verheiratet, wir sind verlobt. Stimmt. Das steht mir zu. Aber einer fliegt raus. Am Ende wird einer gehen müssen, ja. Und ich brauche euch, um die richtige Entscheidung zu treffen. Wohnst du mit deinem Verlobten zusammen? Ja. Wo ist er? Arbeiten. Wir sind also gerade deine Komplizen bei dieser Scharade. Na super. Was kannst du uns von Trayvon erzählen? Er wohnt in Dallas, ist so 28 oder 29 und arbeitet in einem kleinen Supermarkt. Weißt du, in welchem? Nein. Ich war zwar in ein paar Läden, auch zu verschiedenen Zeiten, aber... Vielleicht war er sogar in einem, aber du weißt nicht, wie er wirklich aussieht. Jetzt willst du mir aber einreden, er ist nicht der Mann von den Bildern. Du hast uns kontaktiert. Achte mal auf den Titel der Sendung. Catfish. Das hier ist der Kummerkasten für Märchenland. Hierher kommen Leute, um zu erfahren, dass sie belogen wurden. Nicht immer. Sie hält zu mir. Das weiß ich noch nicht. Von wem ging das aus? Von mir. Telefoniert ihr auch oder textet ihr nur? Wir haben zuerst über die App gechattet, dann habe ich ihr meine Nummer gegeben. Zum Chatten? Ja. Habt ihr mal telefoniert? Nein, noch nie. Wie ist denn das bitte möglich? Mein Ex war zurück, da dachte ich nicht ans Telefonieren. Geht ihr auch nicht. Genau. So richtig geht das nicht und wenn es sein muss, nur wenn Hakim nicht da ist. Wurden deine Chats mit Trayvon auch mal etwas heißer? Hat. So fing das ja alles an. Ich war doch nur auf dieser Sex-App unterwegs, um Spaß zu haben. Ich wollte doch keine ernste Beziehung. Ich wollte einfach nur geiles Sexting machen. Aber dann ging alles in eine völlig andere Richtung. Warum kann er sich nicht treffen? Am Anfang war es wegen Covid, dann hatte er immer viel zu tun. Aber dann schreibt er wieder, lass uns nach der Arbeit auf den Drink treffen. Und wenn ich dann Schluss habe, antwortet er nicht mehr. Am nächsten Tag kommt dann, oh, ich war so müde, ich bin eingeschlafen. Ich habe das Gefühl, er ist in einer Beziehung und nicht unbedingt, dass er ein Catfish ist. Er ist nur in derselben Situation wie ich. Verstrickt. Genau wie Will und Jada. Gibt es im Social Web Profile? Postet er Bilder? Ich habe gefragt, aber keine Antwort bekommen. Und sein Sex-App-Profil? Die App musste ich löschen. Ach, du bist ja verlobt. Richtig. Ich möchte wissen, wie Trayvon aussieht. Alles klar. Süß, was? Allerdings. Ein schönes Gesicht. Die kamen im Chat? Ja. Ich habe eine Frage. Wenn wir Trayvon finden, und er ist echt und lebt in Dallas. Und es stellt sich heraus, dass er auch in so einer Beziehung war, die jetzt aber beendet ist. Und er möchte in Zukunft mit dir zusammen sein. Ist dein Plan, die Verlobung dann zu lösen? Mein Plan ist, ihn zu treffen und dabei herauszufinden, wohin das Ganze gehen könnte. Aber so wie ich jetzt für ihn empfinde, werde ich meine Verlobung wahrscheinlich lösen, um mit ihm zusammen zu sein. Solltest du das nicht vielleicht ohnehin tun? Das klingt alles so, als wäre dein Verlobter nicht dein Mann fürs Leben. Diese Entscheidung kann ich besser mit mehr Informationen treffen. Ich habe aber das Gefühl, dass du im Laufe unserer Zusammenarbeit irgendwann mit deinem Verlobten sprechen musst. Alle sollten wissen, was Sache ist. Alle Beteiligten verdienen die Wahrheit, zu gegebener Zeit. Gut. Schick uns alle Infos. Wir werden die Recherche starten und hoffentlich irgendwas herausfinden. Okay. Bis dann. Bye. Ich sehe kein Happy End für Aaron. Und das Verrückteste ist, wenn wir Trayvon finden und er echt ist und er dann erfährt, dass Aaron ihn belogen hat, will der vielleicht nichts mehr von ihm wissen. Das ist eine Loose-Lose-Situation. Und ausziehen muss er dann auch. Auswandern. Das wird kein nicer Scheiß. Zurück. In Chaos City. Die Stadt mit der haarigen Sackgasse. Es geht um Aaron, der mit Trayvon Kontakt hat. Es fing auf einer Sex-App an. Da hatte sich Aaron gerade von seinem Freund getrennt. Sie haben ein paar Monate gechattet. Die Beziehung wurde immer intensiver und sie wollten sich auch live treffen. Aber Trayvon kam mit immer neuen Ausflüchten, so dass Aaron schließlich wieder mit seinem Ex-Hakim zusammengekommen ist. Der hat ihm einen Heiratsantrag gemacht. Aber Aaron chattet heimlich weiter mit Trayvon. Denn diese Verbindung scheint viel tiefer zu gehen, als die zu dem Verlobten, mit dem er zusammen wohnt. Sicher ist Aarons Verlobte ein zauberhafter Mensch. Aber die Verlobung muss gelöst werden. Aaron sollte für mein Gefühl erst mal Single sein. Mal sehen, ob Aaron schon was geschickt hat. Ja! Hallo Nev und Kami, danke für das Gespräch vorhin. Hier sind die Infos zu Trayvon. Sein Nachname ist Alan und er lebt in Dallas in Texas. Das ist seine Nummer. Social Media hat er nicht, aber hier die Bilder, die er mir geschickt hat. In Hoffnung... Zuerst die Bildersuche. Nummer 1. Unbekannt. Nichts. Auch nichts. Eins haben wir noch. Mist. Die Bildersuche ergibt also nichts. Ich möchte mir Aarons Facebook ansehen. Denn ich hab das Gefühl, wir müssen alles untersuchen. Seine Seite. Wo hast du deinen Schatz versteckt? Hier, er ist verlobt. 26. März. Ich hab einfach zu viel Spaß mit ihm. Und Hakim antwortet, ich liebe dich, mein böser Hase. Ich check mal die Seite seines Verlobten. Das ist er. Er hat Aarons Namen auf dem Fingernagel? Ich hab seit Jahren keinen Namen eines Freundes auf den Nägeln. Und davor? Klar. In der Highschool. Wenn es drei Wochen hielt, war es was Ernstes. Die sehen verliebt aus. Stimmt. Jetzt hab ich Schuldgefühle. Musste das sein? Voll verliebt. Na super. Ich fühlte mich sowieso nicht wohl dabei. Aber jetzt sehe ich auch noch, wie süß die beiden zusammen sind. Tja. Dann checken wir mal die Telefonnummer. Die ist registriert auf Paris. Sieh mal den Provider. Oh ja, und es ist ein Festnetzanschluss. In Texas von einer Person namens Paris, die 38 ist. Spannend. Ist Paris ein Mann oder eine Frau? Wer weiß. Zehn frühere Adressen quer durch das Land. Kommt gut rum. Das soll Festnetz sein? Das hatten wir noch nie. Eine Text-App, die mit einem Namen verknüpft ist. Total merkwürdig. Vielleicht kann uns Facebook weiterhelfen. Paris. Mal sehen. Hier ist ein Paris in Buffalo. Eine der früheren Adressen zu der Telefonnummer war in Buffalo. Wenn dieser Paris da noch wohnt, können sie sich natürlich nicht einfach auf einen Drink treffen. Er isst mit einer Charlene zusammen. Könnte aber B sein. Möglich. Dann hätte er ein Geheimnis, genau wie Aaron. Und Aarons Vermutung würde stimmen, warum ein Treffen nicht klappt. Trayvon ist in einer Beziehung. Die Telefonnummer ist die heißeste Spur. Sie hat uns zu diesem Paris in Buffalo geführt, der möglicherweise unser Trayvon ist. Dass die Nummernsuche uns zu diesem Paris mit einer Buffalo-Adresse geführt hat, sagt mir, dass da ein Zusammenhang besteht. Ja. Das macht ihn auf jeden Fall verdächtig. Oder der Trayvon von den Bildern ist echt, aber wir finden ihn nur nicht und er ist super schüchtern. Ja. Irrmöglich. Oder hat eine Beziehung, ist zwar echt, fährt aber zweigleisig. Ja. So zweigleisig wie Aaron. Apropos, Aaron scheint mir seinem Verlobten nur ein Carpaccio der Wahrheit zu servieren. Denn hier spielt er den Bräutigam in Spee und daneben hat er noch einen völlig anderen Film am Laufen. Ich glaube nicht, dass der Verlobte auch nur entfernt darauf vorbereitet ist. Die Nachricht wird einschlagen wie eine Atombombe. Aaron sollte erstmal selbst mit der Wahrheit rausrücken. Wir sollten jetzt nochmal mit Aaron sprechen. Vielleicht kommen wir so der Sache näher. Ich schreibe ihm schnell. Also ich habe das Gefühl, Aaron weiß, wer dieser Paris ist, der bei unserer Telefonnummernsuche rauskam. Da ist eine Verbindung. Hallo. Und, was hast du die letzten Stunden so getrieben? Ich habe mir in einer Tour nur den Kopf zerbrochen. Gut. Wir haben gesucht und auch etwas gefunden, wissen aber nicht so ganz, was davon zu halten ist. Wir hoffen, du kannst vielleicht was damit anfangen. Ich teile mal den Bildschirm und zeige dir der Reihe nach, was wir gemacht haben. Zunächst die Bildersuche, die zu keinem Ergebnis führte. Aber dann wird's spannend. Wir haben die Telefonnummer gecheckt. Okay. Und die ist registriert auf eine Person namens... Klingelt da was? Na und ob? Ich sagte doch, dass es da eine Verbindung gibt. Nun erzähl schon, Aaron. Tell us, tell us, tell us, tell us. Das ist mein Verlobter. What? Ja, das gibt's nicht, aber... Der soll doch Hakim heißen. Ist sein Künstlername. Sein Künstlername ist Hakim Davenport. Eigentlich heißt er Paris... Oh my God. Moment mal. Aaron? Ja, ich weiß, das muss jetzt ein bisschen verwirrend für euch sein. Das ist sein echter Name? Yeah. Dann ist Trayvon schätzungsweise dein Verlobter, denn auf dessen Namen läuft die Nummer. Ach du Scheiße. Damit ist die Sackgasse entharrt, brennt aber wie Feuer. Woher kommt der Nachname? Eine berühmte Drag Queen hieß Davenport. Ach so. Was denkst du jetzt? Ich verstehe einfach nicht, warum er diesen Umweg wählen sollte, um mich auf diese Weise besser kennenzulernen. Um herauszufinden, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne, anstatt direkt auf mich zuzugehen und mir die Chance zu geben, ihm das einfach zu sagen. Warum brauchst du dieses Versteckspiel, durch das ich nicht weiß, ob ich zwischen zwei Menschen oder einem irre gespaltenen Menschen hin- und hergerissen bin? Nicht so schnell. Ich nehme jetzt zwar genauso wie du an, dass dein Verlobter Trayvon ist, aber wir sollten nicht vergessen, dass die Nummer als Text-App gekennzeichnet ist. Und wir hatten noch nie eine Text-App-Nummer, die zu einem Namen führte. Stimmt. Könnte das Absicht sein? Gibt es jemanden, der dir sowas antun würde? Ja, denn wäre ich dein Verlobter und würde merken, dass du lieber mit Trayvon durchstarten willst, würde ich dich sofort bloß stellen. Wenn er es ist, warum macht er weiter? Und wer geht schon bei der Text-App-Registrierung seinen echten Namen an? Ja. Könnte da jemand sein, der versucht, es so aussehen zu lassen, als würde dein Verlobter dich in eine Falle locken wollen? Das wäre so verrückt, davon kriege ich Hirnsausen. Das beunruhigt mich jetzt wirklich. Wann kommt Paris von der Arbeit zurück? In ein paar Stunden. Wenn er heute Abend nach Hause kommt, wird das unweigerlich schräg werden. Auch er wird das spüren. Und anstatt, dass ihr beide das dann zu klären versucht oder sogar deswegen anfangt zu streiten, sollten wir der Nummer lieber jetzt schreiben und sehen, wie er reagiert. Nur so werden wir es rauskriegen. Und wir müssen jetzt irgendwas tun. Paris' Nummer? Ich schreibe. Hey Paris, wir arbeiten gerade an einem Fall und würden gern mit dir reden. Bitte melde dich. Danke. Bist raus. Ich möchte dir selbstverständlich dabei helfen, das alles restlos zu klären. Aber du bist in einer besonders heiklen Situation. Der Catfish scheint identisch mit der Person zu sein, mit der du das Bett teilst. Und wir können dir aus über 2000 Kilometern Entfernung nur sehr bedingt zur Seite stehen. Natürlich wollen wir als Sendung daran teilhaben. Andererseits wollen wir als Menschen, dass du so damit umgehst, wie es für dich am besten ist. Wenn Paris zurückkommt und du es für das Beste hältst, sofort mit ihm darüber zu reden, dann mach das. Wir sind jederzeit für dich erreichbar. Aber du musst da absolut nach deinem Gefühl vorgehen. Und halt uns dann auf dem Laufenden. Ist das krass. Ich finde das total daneben, dass wir jetzt nicht bei dir sein können. Wir hätten den ganzen Abend dort mit dir gewartet und dieses Gespräch mit Paris begleitet. Aber wegen all der Beschränkungen ist das ja blöderweise nicht möglich. So sehr ich mir das auch wünsche. Kommst du klar? Ich brauche jetzt erstmal einen ganz starken Drink. Ich gebe dir natürlich Bescheid, wenn wir irgendwas hören. Ansonsten sprechen wir morgen früh wieder. Gut. So machen wir das. Alles klar. Ja. Bis dann. Mach's gut. Ihr auch. Wie schräg ist das denn? Da geht's heute noch rund. Entweder geht die tickende Zeitbombe hoch oder es geht gut und wir können sie morgen entschärfen. So all will be revealed. Okay. Ein Facetime-Anruf von Aaron. It's a Facetime. Was gibt's? Er ist heute früher nach Hause gekommen, aber nur um sich umzuziehen. Er macht eine Nachtschicht. Passiert das öfter, dass er kurzfristig eine Nachtschicht übernimmt? Jeff, like this? Yeah. Aha. Aber er wirkte nicht so, als hätte er eure Nachricht bekommen. Gut. Aber war es schräg für dich? Ja, sehr schräg. Das ist wirklich spannend. Am besten du versuchst ein bisschen zu schlafen und dann sehen wir, was morgen passiert. Vielleicht klärt es sich dann. Ja. Guten Abend. Ja, dir auch. Hallo. Guten Morgen. Es gibt was Neues. Gestern Abend hat mich Aaron nochmal angerufen. Harris war unerwarteterweise früher von der Arbeit zurückgekommen, hat sich aber nur umgezogen und ist wieder los zu einer Nachtschicht. Und das hier ist mit keinem Wort erwähnt worden. Verdächtig. Denn er kann unmöglich nach dieser Nachricht von dir zu Hause auftauchen, ohne ein, stell dir mal vor, was mir heute passiert ist. Was mir ganz klar sagt, dass Paris damit zu tun hat. Er muss. Mal sehen, wie es bei Aaron aussieht. Ich weiß nicht. Soll mir Aaron jetzt leid tun? Oder soll mir Paris leid tun? Oder Trey Warren? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich gefühlsmäßig dazu stehen soll. Hallo. Hallo, da bin ich. Hey, Aaron. Wie geht's dir, Aaron? Du wirkst so ein bisschen... Bedrückt? Ja. Ich hatte eine unruhige Nacht. Niamh hatte ich ja schon erzählt, dass Paris mit keinem Wort eure Nachricht erwähnt hat, als er reinkam. Und ich habe ihn auch nicht drauf angesprochen. Er meinte nur, er bräuchte ein paar Klamotten und müsste dann wieder zurück zur Arbeit. Die Nachtschicht ist doch rum. Ja, die ist vorbei. Und schläft er jetzt gerade? Nein. Wo ist er? Keine Ahnung. Aber ein Gefühl hast du. Mein Gefühl sagt mir, dass ich jetzt wissen muss, wer dahinter steckt. Ob nun Paris oder jemand anders. Aber bis heute Abend muss ich es wissen. Auf meine Nachricht hat er ja nicht reagiert. Willst du ihm nicht mal schreiben? Hey, können wir mal reden? Kommst du wieder nach Hause? Vielleicht bewegt das was bei ihm. Ich habe ihn gefragt, wo er ist. Tja. Hat er das gesehen? Schreibt er? Gesehen ja, aber er schreibt nicht. Was meint er? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Paris überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun hat? Ich denke, die nimmt mit jeder Sekunde ab, die er sich nicht meldet. Nach gestern Abend liegt nahe, dass er es ist. Dabei hatte ich genau das Gegenteil gehofft. Eine Nachricht. Und? Trayvon schreibt mir. Ach bitte, jetzt wird's langsam zu verrückt. Will Paris jetzt den Fake retten, indem er so wie immer als Trayvon textet? Und wie immer antwortet Aaron. Was soll ich denn sonst machen? Mir reicht's. Ich will jetzt sofort und direkt die Wahrheit wissen. Pistole auf die Brust. Oh, du rufst ihn an? Ja. Hallo? Ja? Trayvon hier. Wer ist er? Aaron. Er würde doch Paris' Stimme erkennen. Der hat bestimmt jemand anders vorgeschickt. Ich muss mit dir über was reden. Ich warte jetzt schon lange darauf, dich endlich zu treffen. Wir hatten es immer wieder vor und dann hast du abgesagt. Aber ich muss jetzt von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen. Wenigstens auf Zoom vielleicht? Dazu hab ich im Moment echt keine Zeit. Wir können uns sehen, aber nicht jetzt. Weil du so gar keine Zeit hast, sag ich dir jetzt kurz, was Sache ist. Ich bin wieder mit meinem Ex zusammen. Wir sind verlobt und die Hochzeit ist für Ende des Jahres geplant. Aber ich habe sehr starke Gefühle für dich. Oder ich hatte sie jedenfalls. Und ich will wissen, ob das von deiner Seite aus wirklich ernst gemeint war oder ob sich das alles sowieso in Luft auflösen sollte. Du willst ihn echt für mich verlassen? Verheimlichst du mir irgendwas? Verlässt du deinen Freund für mich? Nun sag schon. Ich bin zu einem Treffen bereit, wenn du ihn verlässt. Du stellst mir ein Ultimatum? Beim ersten Mal, wo wir wirklich reden? Okay, Vorschlag. Wenn du deinen Freund verlässt, treffen wir uns und ich erzähle dir alles. Sag ja! Sag nein! Ja, ich werde ihn verlassen. Abgemacht. Aufgelegt. Eine Falle. Er fordert, dass ich meinen Freund verlasse. Weil's ne Falle ist. Hat dich die Stimme an irgendjemanden erinnert? Nein. Aber Paris stand garantiert daneben und hat dem Typen eingeflüstert, was er sagen soll. Ja, ich werde ihm den Link schicken. Genau. Was wirst du tun, wenn Paris jetzt aufploppt? Davon gehe ich aus. Was passiert dann? Wenn er es ist, dann werde ich wirklich sauer. Und zwar noch viel saurer und wütender und trauriger, als ich es jetzt sowieso schon bin. Hast du noch Hoffnung, dass Trayvon hier auftaucht? Ja. Wenn es Paris ist, wäre ich natürlich extrem sauer. Daher hoffe ich, dass es der Trayvon von den Bildern oder jemand anders ist. Es ist Paris. Keine Frage. Er ist bereit. Und du? Ist doch egal jetzt. Er ist bereit. Und du? Ist doch egal jetzt. Wie kannst du nur so eine Scheißnummer abziehen? Ja, da schluckst du was. Du hättest nur einmal mit mir reden müssen. Was soll diese Scheiße mit so einer Fake-Identität? Wir haben beide gelogen. Ich bin ich und ich bin immer nur Aaron gewesen. Niemand anders. Jetzt hör mal zu. Du hast dich an wen rangemacht? Rangemacht? An Trayvon hast du dich rangemacht. Nenn ruhig seinen Namen. Aber hast du mir jemals von Trayvon erzählt? Was? Du bist doch Trayvon. Ich wollte wissen, ob du während unserer Beziehung irgendwas anstellst. Ich will dich immer und überall im Auge behalten. Ich sagte euch doch, er ist verrückt. Ich sitze hier und kann nicht glauben, dass es jemanden gibt, der mich in einen derartigen Zwiespalt stürzt. Gerade wo wir bald heiraten. Wenn du das tust. Ey! Du nimmst den Ring ab, Püppi? Bitte. Das war's. Du brauchst dir keine Gedanken mehr über die Hochzeit zu machen, Püppi. Alles Geld, was ich ausgegeben habe, kriege ich wieder. Das ist doch alles Unsinn. Ich erkläre es dir, wenn du mir mal zuhörst. Ich will dir eigentlich überhaupt nicht mehr zuhören. Hör mir einmal zu! Das alles! Moment mal, eine kurze Pause bitte, ja? Das ist ein sehr emotionales und schwieriges Gespräch, wie wir sehen. Aber so kommen wir nicht weiter. Würdest du, Aaron, bitte Paris seine Sicht der Dinge darstellen lassen, auch wenn es schwer fällt? Wenn ihr euch die Scheiße anhören wollt, bitte. In den letzten neun Monaten habe ich sehr intensiv darüber nachgedacht, ob Aaron wirklich der Richtige für mich ist. Ich bin sehr viel unterwegs mit den Shows, die ich mache und da habe ich keine Ahnung, was er treibt. Darum habe ich nach unserer Trennung das Profil erstellt und er hat den Köder geschluckt. Wir waren getrennt. Ja, aber Sex hatten wir trotzdem noch. Ich war Single. Das mit uns war erst Monate später. Du kannst ihm nicht vorwerfen, dass er andere Kontakte hatte, wenn ihr nicht in einer festen, monogamen Beziehung seid. Genau. Aber er hat weiter mit Trayvon gechattet. Ja, hat er uns erzählt. Stimmt das oder stimmt das etwa nicht? Das wissen wir schon. Ja, das habe ich. Ich habe mit dir gechattet. Also, hier hat niemand absolut recht. Weder du noch Aaron. Wolltest du eine emotionale Verbindung zu Aaron herstellen oder ging es nur darum, ihn in eine Falle zu locken? Ich wollte durch Trayvon wissen, was Aaron macht, wenn ich wegen meiner Auftritte in den Shows kreuz und quer im ganzen Land unterwegs bin. Ich wollte einfach Klarheit haben, ob Aaron loszieht und sich anderweitig umsieht. Das brauchte ich einfach. Da wäre eine Überwachungskamera besser gewesen. Es ging ganz ehrlich nur darum, herauszubekommen, ob ich ihm wirklich vertrauen und ihn auch heiraten kann. Nur dafür habe ich ihn gecatfischt. Und mein bester Freund hat mir dabei geholfen. Ist das der Typ, der als Trayvon am Telefon war? Er war das nicht. Das war mein Freund Rico. Er hat mir geholfen, dafür zu sorgen, dass Aaron keine Dummheiten anstellt. Wenn ich unterwegs war und keine Nachrichten schreiben konnte, hat Rico das für mich erledigt. Der wird mir nicht mehr zum Essen eingeladen. Wenn Aaron mit jemand anders hätte Sex haben wollen, dann hätte er das getan. Aber das hat er nicht. Er hat mit einem Mann gechattet, zu dem er eine ganz tiefe und innige Verbindung spürte. Und das ist sicher nicht so ganz in Ordnung. Aber dieser andere Mann warst du. Und du konntest ihm diese emotionale Nähe, die er Trayvon gegenüber spürte, wahrscheinlich gar nicht geben. Weil du dich von ihm entfernt hattest. Durch das Geheimnis, dass du ihn betrügst. Wenn Trayvon einfach verschwunden wäre, als ihr wieder zusammen wart, und du hättest die ganze Energie dafür aufgewendet, Paris und Trayvon in einem Paket für Aaron zu sein, hätte vielleicht alles perfekt werden können. Ich stimme dir zu. Und ich will Aarons Parallelbeziehung nicht entschuldigen. Aber du hast großen Anteil an dieser Situation. Du vor allem hast das Problem geschaffen und es am Leben erhalten. Ich bin sorry. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr alles. Du vor allem hast das Problem geschaffen und es am Leben erhalten. Ich bin sorry. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr alles. Lassen wir ihn. Ich weiß, dass das schwer ist, Paris, aber bitte komm zurück. Auch wenn es jetzt unvermeidlich war, hilft das gegenseitige Anschrei nicht wirklich weiter, glaube ich. Wir sollten also gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Entschuldigt. Das war jetzt gerade sehr heftig. Ich finde, wir sollten kurz einzeln mit euch sprechen und dann vielleicht etwas ruhiger weiterzumachen. Bleib du hier, Paris. Und Aaron, du gehst bitte währenddessen in den Warteraum. Wir holen dich gleich zurück. Hi. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Kami, das ist Nev und die ganze Situation hier ist der Wahnsinn. Mir ist das alles peinlich und ich schäme mich. Aber niemand kann sich vorstellen, was ich durchmache. Jede Beziehung ist anders und im Moment gehen die Gefühle gerade mit mir durch. Du hast gesagt, während ihr getrennt wart, habt ihr weiter Sex gehabt, so wie vorher. Vielleicht ein, zweimal, aber nicht täglich. Wir mussten uns einfach trennen. Aber ich habe dann mit keinem anderen was angefangen. Und als ich ihn in der App gesehen habe, hat mir das sehr weh. Hat Trayvon nur mit Aaron gesprochen? Ja. Das ist alles ziemlich verfahren. Und das ist nicht allein deine Schuld, es seid ihr beide. Du hättest Trayvon nicht erschaffen sollen und er hätte nicht immer weiter mitmachen sollen. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Einfach, weil ich Aaron so liebe und weil ich alles für ihn tun würde. Wie sieht die Sache jetzt für dich aus? Er wollte ja, dass wir die Ringe abnehmen. Naja, wir sagen alle in solchen Momenten Dinge, die wir nicht wirklich so meinen. Wäre es denn deine Wunschvorstellung, dass ihr beide es schaffen würdet, das zu klären und weiter zusammen zu bleiben? Möchtest du das? Ich wäre wirklich sehr gerne wieder mit Aaron zusammen. Aber ich weiß nicht, wer dazu steht, nach allem, was ich getan habe. Und ich glaube, ich muss mich meiner krankhaften Eifersucht ernsthaft stellen, damit sich etwas ändert und wir uns wieder etwas mehr vertrauen können. Das halte ich für sehr vernünftig. Ihr habt beide Fehler gemacht, doch das wäre alles nicht passiert, hättest du nicht Trayvon erfunden. Das ist der ideale Zeitpunkt. Die Schutzschilder sind runter, die Emotionen sind klar und direkt. Ihr solltet euch jetzt sagen, was ihr euch zu sagen habt. Sollen wir Aaron holen? Gut, jetzt sind wir alle wieder zusammen. Hallo. Ihr seid beide verletzt und wütend, aber vielleicht sollte Paris anfangen. Was er sagt, würde Aaron sicherlich helfen. Nach unserer Trennung habe ich dich sofort vermisst, denn ich habe dich immer noch geliebt. Ich sehe jetzt ein, dass meine Idee mit dem gefälschten Profil nicht in Ordnung war und von schlechten Energien gespeist wurde, um so herauszufinden, ob du mit Trayvon ins Bett gehen würdest. Dafür entschuldige ich mich. Ich habe einige Minderwertigkeitskomplexe, an denen ich arbeiten muss. Das kann niemand anders für mich tun. Das muss ich selbst machen. Und alles, was ich dir jetzt gesagt habe, ist die reine Wahrheit. Denn die hast du verdient. Ganz egal, wie es weitergeht. Es tut mir leid. Ich bin... Ja. So. Ich habe Schuldgefühle, dass ich immer weiter mit Trayvon geredet habe, womit ich dich verletzt habe. Und dafür entschuldige ich mich. Denn ich würde dir niemals mit Absicht wehtun. Aber das Schöne an den Chats mit Trayvon war, dass er mir mehr zugehört hat und mehr auf meine Bedürfnisse eingegangen ist. Es ging nicht immer nur in einer Tour um dich und das, was du machst und was du willst. Um mit jemandem eine Beziehung zu haben, muss da mehr Gleichgewicht sein. Und das sehe ich hier nicht. Vielleicht habe ich zu viel Energie auf die Illusion verwendet. Alles nur, damit Trayvon immer mehr über dich herausfindet. Aber diese Energie und die Zeit haben letztlich für dich gefehlt. Zeit, die wir zusammen hätten verbringen können. Es darf nicht immer nur um mich gehen. Es geht um uns und manchmal auch nur um dich. Mir ist klar, dass im Moment alles ziemlich verfahren ist. Aber ich möchte den Weg gerne weiter mit dir gehen. Möchtest du das auch mit mir? Wir sollten vielleicht erst mal ein paar Tage getrennt verbringen, um das alles zu verarbeiten. Aber ich möchte mit dir zusammenbleiben. Ich bin mir sicher, dass es einen Sinn hat, dass wir zusammenbleiben und an unserer Beziehung arbeiten. Und außerdem möchte ich auch den Weg mit dir weitergehen. Ihr tragt sie beide wieder. Ist das schön. Toll. Auch wenn wir überhaupt keine Ahnung hatten, wo das endet, ist eines klar. Dein Verlobter ist gleichzeitig der Mann, mit dem du eine Affäre hattest, weil dein Verlobter dir nicht die Nähe gegeben hat, die du gern hättest. Das aber bedeutet, dass du diese Nähe durchaus mit ihm haben könntest. Vielleicht gewinnt ihr so das Beste aus beiden Welten. Ja. Paris, danke, dass du dich uns so geöffnet hast. Und dass du Dinge zugegeben hast, die man nicht gern zugibt. Um damit aber hoffentlich eure Beziehung wieder in die richtige Richtung zu lenken. Auf Wiedersehen und alles Gute euch beiden. Bye Paris. Bye. Akeem, Davenport, Trey Ron. Vielen Dank. So much. Bye Aaron. Bye guys. Bye Aaron. Bye. Zwei Monate später sagt Aaron, dass ihre Beziehung besser denn je sei und er daran arbeitet, sie noch enger zu machen. Paris ist genauso begeistert. Jetzt, wo keine Geheimnisse mehr zwischen ihnen stehen. Er ist nicht stolz auf sein Catfischen, aber er ist froh über das Ergebnis. Die Hochzeit ist für November angesetzt. Die Hochzeit ist für Jahr. Tschüss. Die Hochzeit ist für Jahr.